Braucht sie auch, denn 95 hätten jetzt nicht gereicht, um an Begay vorbeizugehen. Will also die Führung sich wiederholen, die Chance damit auf Silber wahren, Bronze hat sie ja schon sicher. 30 Sekunden Signal, schnell noch der Blick auf die Uhr, steht also links von ihr. Jawoll, na guck mal an. Holla die Waldfee. Und typisch für sie, dass dann auch die Zunge rauskommt, wenn es mal geklappt hat. 96 Kilogramm, also da müssen wir mal ganz tief graben, wenn sie denn 96 Kilogramm in dieser Gewichtsklasse geschafft hat. Also 97, wie gesagt, bei den Europameisterschaften im letzten Jahr, allerdings eine Gewichtsklasse höher. Bis 63, aber bis 58 ist sie mit 95 Kilogramm damals Weltmeisterin geworden. 2001 in Antalya, jetzt hier 96, also sehr gutes Niveau von Marietta Gottfried.